Norddeutscher Rundfunk 2021 Mein Sohn. Hoi Mami. Schön, dass du hier bist. Komm rein. Alles gut? Ja. Also, läuft alles? Wieso meinst du? Nicht etwa das Internet kaputt? Oder der Laptop, der klemmt? Oder der Drucker, der nur noch durchsichtig drückt? Darf ich nicht mehr mein Kind so zum Mittag einladen? Komm rein. Okay. Fuck, ich wusste es. TV-Box spinnt. Ah, scheiss TV-Box, ich wusste es. Kannst du dich bitte vor dem Essen anschauen? Immer wenn ich drücke, kommt so eine ganz laute Stimme. Mein Sohn? Grüezi, ich bin hier richtig bei Mazzoni. Ist das ein Scherz? Ja doch, Mazzoni, oder? Ja, Mazzoni, was soll das? Wissen Sie, seit zehn Jahren mache ich hier pro bono den IT-Support bei Ihnen. Es ist langsam genug heute. Ich habe jetzt meine eigene Bude aufgedacht. Mein Name ist Michael von der Sans & Daughters IT. Da ist mein Kärtchen. Mist, ein Visitenkärtchen. Es ist ernst. Nein, Michael. Und das könnt ihr übrigens auch im Handelsregister nachschauen. Und ab jetzt kostet es nach Stundenansatz der Branche. Also gut. Aber die Sitze geht zu weit. Kannst du mir ruhig Mami sagen? Kein Problem, Frau Mami. Ich höre nicht mal so eine Stimme. Ja, jetzt, als ich es vorführen möchte, geht es natürlich nicht. Die Stimme, die ihr gehört, sind das vielleicht Showspielerinnen? Nein, es sind Computerstimmen. Ich habe mal die Fernbedienung. Ja, das ist die Fernbedienung für die Storren. Das erklärt auch, warum gestern auf allen Senden das Gleiche gekommen ist. Da. Das ist die Fernbedienung für die CD-Anlage. Da. Das ist ihr Snatter. Da. Das ist der Toaster. Ah, da ist sie ja. Eben. Schauen wir mal ins Menü. Ich habe doch gesagt, es gibt Lasagne. Audioausgabe. Alle Einstellungen. Ladevorgang wird ausgeführt. Es war nur die Bedienungshilfe. Hm. Aber ich habe noch etwas anderes gesehen. Das Kabel. Nicht schön. Gar nicht schön. HDMI 1.2. Für Netflix müsste es mindestens HDCP 2.2 compliant sein. Und was wollen die Grosskinder eines Tages spielen? Sie drehen doch durch, wie 1440 Tee und Preise hat. Das muss 400 Cent kommen. Und im Alter will er sicher eine Soundbar anschliessen. Können wir jetzt endlich essen? Ja. War es gut, mein Sohn? Sehr gut. Merci. Darf es noch ein Dessert sein, mein Sohn? Oder ein Käffeli? Eventuell. Wieso schaut ihr so? Ha! Wir sind von den Eltern Incorporated. Auch wir haben ein Visitenkärtchen. Fuck, Visitenkärtchen. Jetzt rechnen wir mal ab. Fangen wir gerade mal bei diesem Essen an. Richtig, das ist ja jeder Sonntag. Mal 10 Jahre an 36 Fr. München. Plus 20 Jahre kostet und Logis in diesem Haushalt. Wenn ich mich nicht ehre, mein Sohn. Tue nicht blöd. Was heisst hier 20 Jahre? Plus die neun Monate in dieser geheizten Einzimmerwohnung. Ich muss mich erinnern. Grüezi. Wir sind von der Grosshelfer GmbH. Können wir kurz reingehen? Das kann jeder sagen. Haben Sie ein Visitenkärtchen? Nein, wir haben einen Gericht. Ui. Wir haben einen Gericht. Kannst du worthen? Nein, wir haben eine Gericht. Ja, wir haben einen Gericht. Ich habe einen Gericht. Abwechung.